Ich habe meine Kamera gemacht und jetzt, wenn ich die so in der Hand halte, kann ich ultra sanft damit filmen. Ich kann sogar die Kamera halten und gleichzeitig noch mein Handy. Und dann kann ich sogar noch gleichzeitig Fahrrad fahren. Das ist super geil. Ich wollte das nochmal kurz testen. Hier ist es ein bisschen wackelig, aber die Kamera hält das super gut.